wenn ich schon mal hier am pc sitzen kann ich da aufnehmen ja richtig hallo hallo das ist ein bus ja das ist ein bisschen 14 14 bus 14 bisschen bisschen ist viel zu spät rausgesprungen ja viel zu spät sein baum noch da weiß ich nicht ist er auf der karte noch sehe ich ihn nicht noch sehe ich ihn nicht ja ist er boah du arschloch die sturmphase beginnt muss ich einen töten ja ich hab dir doch niedergeschossen wieso war das nicht mein kill weil das ersten kill gibt es wenn du doch nein der zählt eigentlich nein der zählt eigentlich wenn ich den lege wer den dann tötet ist egal das geht aber eigentlich ist das mein kill ja ja klar da oben da so aber wenn du bei so aufgaben ist das wenn der letztendlich tot ist ja das ist wahrscheinlich dass du das hast als dass ich das schaffen das kann ich ja nicht leiden ja aber das ist ja so außerdem musste ich das doch auch machen was soll das denn ja war ja mein kill ich hab den zuerst gesehen ich lass dir doch egal ja und ja und doch doch wirklich doch ne 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 wirklich ne aber wohl hätte es ja machen können also so war ja hätte ich machen können hätte ich machen sollen ja nicht sollen hättste können sollen ach bei so einem Spiegel ist ja doch Schwachsinn ne ich weiß viel zu ernst dann wäre das kein Problem also ganz ehrlich das hast du da net hingelegt oder nein dann ist dir noch jemand danke noch jemand ich hab ihn gesehen wo denn das hat ach nein nee kann ich nicht der schleudert sich jetzt weg hm ah da musst du auch noch machen hui hui der ist einfach ein Auto gesteckt ne doch net da war irgendjemand abgeschießt was da voll ins Gesicht voll ins Gesicht da ist noch jemand oh ich hab keine Muni mehr ich kann eigentlich nichts mehr machen was ist denn hier mit der Munition los hinter dir läuft jemand weg äh hier ist gerade Gefechtsfeld Aua alter Junge geh mir weg was ist denn hier los? wie geht's noch weiter? alter 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 immer noch immer noch ist grad nett wo bist du? in dem Busch das war ja mal wird schon aufgenommen ja guck mal ich hab mit gedacht was was? oh ne oh ne oh ne noch noch jemand das gibt es doch wohl nicht ne chill au ich auch chill du Muni ja ich auch was ist denn mit dir ach ach ich hab ja hier ein ach so hm hier ist ein Tresor irgendwo ne da ach so wenn die geswaffen die ok sind nö hm ne muss es nicht haben äh ich hab das das markiert automatisch ja und alter ich hab was übrigens gesagt vorher meine ich euch das noch in der zeitung ankündigen bescheuert nee ist auch noch ja das ist als hättest du jetzt alle begleiter also alle doppelten also von den doppelten nur einen immer getötet und die anderen werden jetzt wiederbelebt ist wahrscheinlich auch so scheißen dreck ja 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 da kommt ein auto will jemand überfahren okay hab ich gar nicht gehört hat gar nicht angezeigt so kann die sich denn rollen hat es bei dem sphärten meine fresse Deine Fresse. Da hast du einmal Munition zusammengesammelt, dann kommen hier 15 Gegner und dann ist alles wieder weg. Ja. Ja, ja. Man gewinnt trotzdem nicht. Heute ist aber viel Gegnerpräsenz irgendwie. Ja, übel! Das ist richtig rough. So, jetzt ist wirklich wieder die Munition weg, Alter. Ich hab schon drei Schlüssel, ist ja witzig. Wiesig. Geil. Wiesigkeit. Kein Grenzen. Ich werd gejagt. Ja. Schön. Na toll, Alter. Das tat man immer gerne. Hm. Was haben die denn gegen dich? Ja. Ich versteh heute nicht. Oh, da ist derjenige. Hm. Scheiße. Das sind auch zwei. Schön, wie der mich den Berg runtergeschubst hat, Alter. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bleeeck. Oh, Mann. Was ist das? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ach, scheiße. Ja, Mann! Ach, ja, ähm. Ist da mehr drin? Ja. Ja, da war... Ach, ne, doch nicht. Das hatte ich mich eben eigentlich benutzt, aber das war dann doch nicht meins. Äh, macht schon fünf... fünf Schaden, oder? Ne, zwei. Es bringt ja alles nichts. Willst du dich nicht mal heilen? Das kann ich schon. Oh, oh. Das ist immer schön. Deine Darst juckt. Könnte ich eigentlich da hin? Könnte ich jetzt noch irgendwie... Ja. So, einmal das hier nehmen. Ist jetzt nicht wahr, da der Scheißhai jetzt. Ich glaube, das ist zu gefährlich. Mal gucken. Okay. Okay. Nee, 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 nee. Ja. Ja. ja Ah, achso, das ist ein Boot, ok. Alter. Uiuiuiuiuiuiuiui. Hammerbar, hammerbar. Warte. Ist ja alles schon geplündert. Oh, ne, hier an der Hütte, wo ich bin, sind Leute. Ach, scheiß. Ja, hier ist ein Busch. Da ist noch einer drin. Naja, ein Versuch war wert. Warte. Ja. Jetzt will ich kurz in der Lobby und will den Skindex, ach ne, ich will den Skindex, ich muss hier weiter. Aber ich würde trotzdem gerne kurz in der Lobby. Was ist denn da? Fuck, ich muss aufs Klo. Achso, während ich aufnehme. Was ist denn hier? Ja, aber ich kann doch nix dafür. Du kannst doch, hallo, du kannst doch Pause machen. Ja, das Schneiden, das kostet sehr viel Zeit und Platz. So, da war die alte Pinkeln. Ja. Dazwischen lagen jetzt glaube ich auch eine halbe Stunde, weil wir in der Lobby noch gequatscht haben, aber trotzdem. So, da fährt der Bus ja jetzt so auch hierher oder was? Ich weiß gar nicht, warum ich das so mache. Sabobu hat sich beim Busfahrer bedankt und in dem Moment habe ich aber auch auf den Knopf gedrückt. Ach Gott. Weil ich nicht wusste, ob ich das schon gemacht habe. Die Demenz schlägt schon wieder ein. War das da hinten? Äh, erzähl nix. Erzähl doch keinen. Ich sehe meine Fusse und was ist da hinten? Da bin ich hinten. Ah, da bin ich hinten? Ja. Wie gesagt? Ne. Schade. Ich spinne die alte Knospenkopf-Frau. Ja, das Beste. Knospenkopf. Die sieht aus wie ein Alien. Oh Leute, wir haben gestern eine Alien-Doku gesehen, alter. Alter. Eine Folge davon, das war furchtbar. Da musst du mal ausmachen. Ja. Das ging nicht mehr. Mhm. Da hatte ich zu viel Angst. Der dachte erst, das wäre ein Film und dann fing die nächste Folge an. Aber das hat er gar nicht realisiert. Sag ich, ja, die nächste Folge fängt an und dann hat er ganz schnell auf den Knopf gedrückt. Das war jetzt wohl nicht wahr. Dass er auch noch wirklich alles eingesammelt hat. Hahaha. Das ist ein richtig frecher Alde. Ich schwöre bei dir. Alter. Ja, danke. Jetzt ist mein Baum kaputt. Bitte. Habe ich auch mal geklärt. Jetzt kannst du noch was erleben. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das glaube ich. Hm. Das war ab so schwierig und du musstest jetzt wieder zerstören. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So ist die. So ist die. Halt, ne? Da kennst du ja auch nicht anders. Ne, ich bin da böse. Ne, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Da hast du dich selbst her geschleudert. Habe ich auch gesagt. Das war lustig. Und woher fandst du das lustig? Doch. Ne, das findest du peinlich. Nein, das findest du peinlich. Doch. 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 Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Doch, das war dein eigener Baum. Ja, das macht ja nix. Ich hab ja schon alles genommen. Doch, aber vielleicht ist er irgendwann tot. Ja, ja dann pflücke ich wieder neue Dinge. Das wird nicht schlimm. Gibt's nie wieder. Gibt's nicht wieder. Gibt's nie wieder. Okay, dann gibts halt nie wieder. Hier sind Leute. Ja Warum schießt der denn jetzt auf mich? Der hat sich doch da unten den ausgesucht Dumme Trotzau Ja hinter dir ist auch ein Alter hier ist aber viel los Ist ja der denn hingekrabbelt jetzt Der schmied einfach weg alter Geil Ich stelle den Fernseher ein Oh während du Bytes benutzt Ich muss das jetzt wieder machen Wieso das denn? Ja man muss noch den Fernseher einstellen Jetzt habe ich die Aufgabe erledigt Hier war doch noch jemand Wo ist denn denn hin? Naja Wird schon sterben Hä? 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 Ja ich will meinen Ich will meinen Rucksack sortieren Das geht aber nicht Ja ich glaube das spinnt heute wirklich Ja War ganz komisch Das hatte geklappt aber trotzdem war komisch Ah bei verkrumpen Wänden Bei verkrumpen Wänden Wo ein Fenster ist Da kommt man nicht durch Hm Ist gejagt und derjenige ist gar nicht weit weg Oh alter Der kann sich mal kreuzweise in den Arsch Oh der kommt jetzt hier irgendwo Der wird jetzt gleich irgendwo auftauchen Mhm So lama So lama Das ganze hier in der Nähe Ich will den töten Hm 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 Jetzt ist er wieder weg Wegen Wir haben ein Stück Weil ich gegangen bin Achso ja Da kann sie rein Da oben Ne hier Das hier Ah da ja Das hier wahrscheinlich Ah da ja Ne darf der nicht Oh Gott Ne Oh shit Der war der aber nicht Ne Aber wo war der Oben Ne Ich glaube da oben Na doch da Ähm Hat der dich abgeschossen Nein Ja Oh Schade Ja schade Das zählt nicht Oder was Hallo 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 Oh die einfach ab Alter Oh Aua Was haust du denn einfach ab Entschuldigung Ich dachte ich bin schneller Alter Ich kann Was ist hier los Alter Ich will in die Lobby Äh Ich kann auch nicht abbrechen Oh mein Gott Hä Das voll verpackt Und verlasse ich das Spiel Und lasse ich nochmal neu an Ach ne das geht auch nicht Ah Stellt Verbindung her Mhm Glaub Hä Ach ne Ist das bei dir auch Ja Okay Aber im nächsten Spiel halt Ne das will ich nicht Ich will den Typen auswählen Und dann die Aufnahme machen Ja ja wir können dann Wenn wir im Spiel sind Ne ich kann Ich kann nicht aus dem Spiel raus Echt nicht Ne Ist vorum Ja Soll ich mal machen Ja mach mal Aber ich glaube ich komme da nicht mit Aber mach mal Ja du bist weg Oh Ja dann mach ich jetzt mal hier Folgen vorbei Und dann vielleicht noch mal Neue Folgen Mhm Sehen wir ja dann Bis dahin Ciao 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 Ciao